Herzlich Willkommen zurück zu It Takes Two. Oh yeah I can feel it you are very annoying right now now hey book what's that strange fear over there yeah that my friends you have to figure out your friends I have got an idea maybe we can use those birds okay haha okay wieder was aufdrehen fragt sich nur was wir hier gerade aufdrehen oder ist das wieder ein Aufzug? ne er sieht echt heftig aus stimmt wir bauen Kies ja warte mal die stehen jetzt hier rum die Kies sind da oben hier sind zwei Bahnen bei dir wo bist du jetzt? bist du da oben komm ich mir mit ganz oben irgendwo keine Ahnung ich bin mal die diese dinge entlang gefahren ja ich komme auch mal ist hier gerade ein bisschen kompliziert gerade äh äh das war jetzt ja ach jetzt läuft jeder von selber ich kriege die Krise äh nein ach da hinten ist ein Schlüssel ach komm ey okay muss ich da jetzt rüber und dann auf die andere Seite zu kommen weil da rüber springen werde ich wohl nicht gönnen oh hä? da kann ich nicht hä? okay pass auf links komme ich nicht drauf ach so du musst was machen ja deswegen komme ich da nicht drauf okay so jetzt kannst du da die Dings nehmen ich habe gedacht das wäre so das ist aber ach so okay mach nochmal zurück stehe ich da genau drunter? warte? nee jetzt jetzt ja so geht es aber okay musst du nochmal die Dings machen so mal gucken ob jetzt runter steht ach naja aber steht drauf ok äh warte mal ja ich muss sie jetzt da hinten ach so warte mal warte mal warte mal warte mal ach jetzt ist sie auch nicht zur Teleportation rüber wirst du mich verarschen ich bin hier oder? ach so ne ich bin trotzdem hier mach nochmal ein bisschen zurück ach dann geht das hoch warte mal ja trotzdem stopp 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 zu viel da? nein weiter weiter mach weiter jawohl na so ich probier das mal so wie ich es eben hatte so und jetzt geht es nochmal zurück ne komplett zurück ich weiß die ach so die geht nicht tiefer ja dann geh nochmal zurück dann geh nochmal zurück dann mach ich das anders dann mach ich das anders ne stopp warte mal das ging aber auch gerade geh nochmal ein bisschen zurück da musst du hinstellen nein geh nochmal ein bisschen zurück ach ist das so schwer zurück ja wo ist für dich zu recht rechts oder links in der zeit zurück woher soll ich wissen was rechts und links ist das ist zurück hier nein das ist vorwärts nein vorwärts ist so bei der zeit zurück stopp nicht zu viel noch ein bisschen warte warte dann komm ich da nämlich auch rauf stopp ok aber höher geht es doch es geht noch höher warte mal das andere muss aber eigentlich runter gemacht ja aber guck mal wenn ich jetzt runter mache dann kommst du noch nie hin da hinten wie willst du da hinkommen ach warte mal warte mal das knifflig ja 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 jetzt jetzt kannst du wechseln noch ein bisschen so ja und dann direkt wieder dass du es hoch machst ja ok ja ich kann es nicht oben du kannst jetzt rüber springen nein ich muss jetzt rüber springen nein was macht die ist die dämlich oder was wieso kann die nicht stehen bleiben hattest du doch was denn jetzt los jetzt bewegt sich ja super jetzt kommt mir nicht vorwärts ja doch kannst jetzt runter gehen ja toll was soll ich unten drehen wir weiter geht nicht da muss ich zurückdrehen du musst rüber zur anderen seite doch das ist aber zu weit eben war es gut von oben na das ging auch so da muss ich jetzt hoch wahrscheinlich ach das musste oh gott wenn du dich natürlich ständig bewegt komme ich nicht drauf das wird jetzt todesurteil werden jetzt werde ich noch ein bisschen ja mach nochmal zurück wie es eben war so nein wie es eben war so ist so hoch ganz am anfang ganz am anfang keine ahnung was am anfang war ja wovall soll ich das wissen da sah es auf jeden fall nicht so aus mehr geht nicht ich weiß nicht was du vor hast zu weit drehen wir in die andere richtung ich weiß nicht ob ich da drauf komme ich ja nicht drauf das ist so eine scheiß ansicht hier du musst doch auf das ding nur gehen ja aber das ist so eine scheiß ansicht wo komme ich denn da ja und jetzt warte jetzt drehe ich dich rum meine blätter kommst du automatisch darüber oder ne mehr geht nicht mehr geht nicht ach ne warte mal geil so ist maximum ja ja ähm sehe ich wieder nichts wenn du das ding jetzt drehst dann stehe ich da aber nicht mehr drauf aber ich komme doch mit dem ding gar nicht mit der Teleportation auf die andere Seite oder kann ich ne das ist aber dann auch nur oben ne wenn du das weiter gedreht hast hier dieses ende wenn ich das jetzt so mache dann dann oh 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 also ich kann es so noch weiter drehen aber dann müsstest du jetzt da runter gehen erst sonst fällst du rein warte gehen wir mal da hoch huh ich komme da gar nicht mehr hoch ok das war es dann das schaffe ich doch niemals nach rüber zu springen ich sehe ja auch nichts mit dieser kackeinstellung ne springt auch kein zweites mal jetzt das war das ist ja hier oben das bringt mir aber auch nichts ne warte mal aber jetzt bist du da warte doch mal ähm ja jetzt bin ich immer noch da ja ach dein Klon ist aber hinten weg jetzt weil du gestorben bist ne ach so ja wie gesagt äh vielleicht hat das irgendwas mit dem Schwarz also da ist auch so das Maximum das Problem ist das haftet ja nicht an dem Ding sondern weil sonst wäre das sonst wäre ich ja da auf der anderen Seite weißt du was ich meine warte 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 geh doch mal so kannst du denn nicht jetzt durchgehen so ich mach einfach erstmal ein Klo ja aber der bleibt ja immer da hängen das ist das Problem aber ich komme ja nicht weiter ich bin wie ein Hamsterrad hier doch 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 da kommst du jetzt hin warte mal hä ja ja jetzt rennt dich schon wieder das muss ich jetzt aber nicht verstehen ich hätte doch schon längst da runter fallen müssen wegen der Schwerkraft ne ne ich hab ja gedreht immer ja deswegen ich hätte ja schon längst runter fallen müssen was halt für einen Schlüssel jetzt oh Gott ich würde es glaube ich gar nicht wissen ach so die springt jetzt nicht aber das RB will der mir auch nicht geben hallo ach du scheiße oh dann müssen wir auf die Seite kann man jetzt nicht her ne ne hier musst du was machen ganz zu hoch gehen ganz zu hoch gehen ach so ja klar warte mal hinter mir ist doch irgendwas da kann ich was drehen aber da kann ich dir eine Plattform haben glaub ich ähm du bist nur ja aber was bringt mir das mit der Plattform auf der anderen Seite fehlt ein Stück mhm ja aber das kannst du glaube ich da kannst du rüberspringen von da aus das ist doch zu weit weg ja ja ach die springen ja dann steht springzimmer aber es ist ich geh zu tief damit ich brauch deinen Haken da oben ist der Schlüssel drin in dem Käfig schau hast du das jetzt gerade gemacht ja das mach ich hier gerade ach so dann kannst du das abschneiden warte mal und das ist mit links verbunden ok das heißt du musst oben hin irgendwie kommen das heißt ich muss quasi einmal komplett die Runde machen du musst doch hier erstmal hin hier kann man nicht das Teil hier irgendwie reinkriegen was hier weggekracht ist kannst du damit nichts machen wo mit dem hier ne aber mit dem anderen da oben warte mal vielleicht muss ich das ja erstmal ach damit kann ich dich rüberschießen ne du musst den Sprung machen ja aber der geht nicht das muss irgendwas mit dem Ding da drüber zusammenhängen toller deutscher Satz ich weiß ähm ich kann mich da aber nicht ranhängen warte mal geh jetzt mal auf die auf diesen Pin der ist jetzt andersrum auf die Runde da Moment was hast du denn gemacht links rechts gedreht mach nochmal mach nochmal anders ach so ich kann ach scheiße im Sprung das ist scheiße aber wir können es mal probieren natürlich nicht wenn die blöde Kuh da runterrutscht ey die steht auf der Plattform drauf so eins zwei drei oh warte 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 ich muss das erstmal so I'm ready nein spring oh warte 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 ich muss das erstmal ey die kriegt noch nicht mal mehr Doppelsprung hin ne so jetzt musst du die Schneiderdinger da machen die Scheren warte ach so weiter geht nicht hä was kann ich denn da machen jetzt kannst du das nehmen warte mal ich kann das nur hoch und runter machen also mehr kann ich hier jetzt nicht machen vielleicht müssen wir da noch irgendwas tricksen hä ach warte mal kannst du da reingehen ach du kannst dich doch ne stell mir deinen Klon dahin bitte ach ja stell den mal da drunter warte warte und jetzt kannst du ne wenn du den jetzt hochhebst bin ich oben oder nicht warte warte geh mal runter kann ich mit dem Ding teleportieren ich weiß nicht heb mal hoch ja nee ja ja kann ich mit ok boah es ist eine scheiße ne es ist scheiße wollen wir den mal aufdrehen ne wir drehen den gar nicht auf wir drehen den rum wohin drehen wir den denn das sagen wir nicht den Wächter der Kuckucksuhr warte mal ah ja ja und das andere wird wahrscheinlich dann das Ding raus machen ne Aua ja ah ne ja gut nicht raus machen sondern ruhig mach das Schwert rein ja und drehen es rum hat Schlüssellauch Ewe Michael Jabboulle Ich glaube, der muss hier drauf, oder? Alter, was kann ich denn da machen? Ja, hier. Du musst irgendwas hier hinten machen. Ja, ja, ich... Ja, komm, 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 Junge. Nee, der muss doch... Wieso hat der mich jetzt erwischt? Ich bin extra weggeflitzt. Ja, der muss hier gegenrennen. Ich glaube, wir sterben. Ja, ich zumindest jetzt einmal. Ja, aber du musst das machen. Ohne dich kann ich nicht. Es geht nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, das geht noch... Ja, komm, ey. Warum bist du auf mich so akkro, ey? Du musst dich vor das Rot stellen, nur. Nur vor die Rot... Okay, das war's nicht. Nee, der... der nimmt immer mich dann. Aber ich kann noch nicht da runter gehen, das ist das Problem. Nein, du musst das zurück machen. Mach das mal zurück, dass das an ist. Und dann muss der da hin. Ja, es ist doch... Es ist doch eine rote Dings. Jetzt ist es doch an, aber es geht nicht. Nein, das ist böse. Hä, jetzt geht's nicht mehr an. Ach, mein Klon, mein Klon. Ja, den musst du da aber nicht da drauf stellen. Doch, natürlich da drauf. Mach jetzt mal zurück. Ja, das geht nicht. Ich kann es nicht mehr aufmachen. Dieses Bild kommt nicht mehr. Jetzt kommt es wieder. Jetzt hast du ihn dagegen knallen. Nein! Wieso? Ach so, nein, ich verstehe. Ich verstehe. Mann, es muss gegen das Ding da hinvergehen. Nein, 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 nein. Ich verstehe. Ich muss hier weg. Mach das Ding noch... Boah, was ist das für ein Wichsteil hier. Ja, aber er macht mit ja auf. Doch, jetzt. Ja, jetzt ist das erste Mal richtig. Ja. Im Gegensatz zu dir, hab ich es verstanden. Ja, auch alles gehört. Da habe ich die ganze Zeit schon gesagt, dass es gegen das Ding soll. Nein. Du hast gesagt, es soll gegen das Ding und nicht gegen mich. Das ist ja sowieso alles besser. Du musst es aber trotzdem wieder aufkriegen. Kannst du ja nichts machen. Nee. Ich kann nur sterben. Ich bin gleich tot. Ich brauche das Teil. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Keine Ahnung. Ich kann es zwar benutzen, aber es geht nicht auf. Jetzt geht es auf. Wobei, ich bin jetzt auch gleich tot. Hä? Jetzt ist es aber nicht auf. Warum rennt er jetzt? Hä? Ich verstehe es nicht gerade. Weil er nicht auf mich zugerannt kam gerade. Das muss auch sein. Ja, aber ich mache dieses Zeitding und es geht nicht. Es geht nicht auf. Da muss irgendwas anderes sein. Ja, jetzt ist er bei mir. Keine Ahnung. Ich drücke das Teil. Ach, du musst da drauf sein. Ja, natürlich muss ich da drauf sein. Das kann ich aber nicht, wenn ich hier da... Ja, schon wieder ist es nicht da. Nee, weil ich jetzt... Ich muss immer meine Runde mit ihm laufen und dann da drauf gehen. Das Problem ist nur, das kann ich nicht, wenn es nie da ist, wenn ich ankomme. Du brauchst ja nur ausweichen. Du brauchst nicht die ganze Runde laufen. Okay, noch eine Runde. Ich brauche das Teil wieder. Achso, es ist da. Oh, lauf jetzt. Achso. Ah, nee. Er ist schon drunter. Okay. Das war jetzt sehr unlogisch, weil ich stand drauf, aber das Ding wurde getroffen. Ist irgendwo was? Äh, wo kann ich denn jetzt hier? Da. Ach, da. Okay. Boah. Oh, ich seh nix. Mann, was macht die? Wieso ändert die dreimal ihre Perspektive? Was ist das für ein Scheiß? Wenn ich nach vorne springe, will ich nach vorne springen und nirgendwo anders hin. Und schon wieder rennt die von alleine. Was übrigens nichts mit dem Spiel zu tun hat, wie gesagt, sondern nur mit dem Controller. Oh, nein. Ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Dass ich da jetzt nicht rangekommen bin. Man lauft doch einfach mal. Hä? Okay, also wenn du auf dem Boden bist, gehst du kaputt. Nee, du bist gegen das Ding gesprungen, glaube ich. Nee, ich bin abgerutscht und hab mich dann nicht mehr bewegen können, weil ich schon tot war. Nein! Na, wieso macht die das nicht? Immer wenn die da einen Doppelsprung machen soll, kriegt die das nicht auf die Reihe. Aber ich muss doch da durch, oder nicht? Mhm. Jetzt lauf nicht schon wieder von alleine. Ich schmeiß den Controller bald in die Ecke. Bitte nicht, das ist meiner. Ja, aber wenn er nicht funktioniert? Ach, endlich. Was sollst du hier jetzt benutzen? Hä? Weil ich kann hier nichts mehr drücken. Ach so! Äh. Okay. Kann ich hier? Ja, kann ich. Ach, da kann ich nicht hoch. Lass da mal los. Und jetzt? Aber irgendeine Bewandtnis haben, die kannst du da doch nicht hoch da oben? Da oben kannst du hoch. Hier hoch. Kannst du da gehen. Wo hoch? Weil ich kam hier nirgendwo hoch. Mann, das Ding hier. Das, was ich gerade einschalte. Kann ich auch wieder nicht hoch? Aber warte mal. Vielleicht muss ich das... Nee, geht auch nicht. Hä? Aber da oben ist irgendwas. Um es zumindest... Weil es geht ja nicht mit dem Klon, dass ich da... Oder? Nee, aber du kannst nicht gegeneinander springen und da... Das ist zu weit, oder was? Ja, ich denke... Ja, es ist zu weit. Aber dann würde das ja auch nicht... Das sind ja Doppelsprünge. Dann würde das ja auch nicht... Ach so, ich muss das... Ach, nee, ne? Nee, es geht nicht. Ich dachte, ich könnte dich irgendwie pushen. Oh, oh, was war... Also, es geht doch. Ja, aber das Problem ist, dass du immer genau... Dann, wenn ich springe, bewegst du dich und das darfst du nicht. Das darfst du nur bei jedem zweiten Sprung. Ja, toll. Boah! Danke. Ich habe nichts mehr gemacht. Das war fast mein Tod hier. Äh... Ich hänge mal hier so ab. Was ist das denn hier? Achtung! Aua! Ja, geil! Dankeschön. Setz dich mal drauf. Ich muss das bedienen. Ich kann dich nicht drauf... Warte mal. Erst draufstellen. Na. Weil das wird, denke ich mal, dein... Okay, also hier... Äh? Okay. Geh mal über die Treppen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, dass du drüber gehst, aber... Kannst du das jetzt irgendwie zurückmachen hier? Nö, ich habe hier oben keine Zeitdinger. Da unten ist... Oh, scheiße. Okay, das war... Keine Treppe mehr. Ähm... Ähm... Da ist doch ein Zeitding. Achso, aber... Ja, ich bin hier oben. Du musst die Treppe... Geh nochmal da drauf, bitte unten. Ja, und dann? Damit die Treppe wieder da ist. Sonst kann ich nicht mehr runterkommen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was machen müssen. Was meinst du denn jetzt? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gedacht, du könntest die Treppe halt wieder zurückholen, damit ich dann da hinkomme. Aber anscheinend ja nicht. Aber hier kannst du auch nichts mehr... Hier, denke ich mal, ist nichts mehr. Sonst geh du doch mal weiter und ich... Warte mal. Ich meine, musst du da hinten was machen. Ich habe aber jetzt noch nicht geguckt, was da hinten ist. Okay, äh... Meiner kommt nicht, weil ich... Ach, ich bin so blöd. Warte. Geh mal runter. Ja, deine Zeit. Geh mal runter. Deine Zeit. Nee. Ah, nein, 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 nein. Bleib nochmal drauf stehen. Ja, du musst den da oben hinstellen, den Klon. Den Klon musst du da oben hin machen. Da kommst du runter, stellst du drauf. Du hast gesagt, was ich gerade gesagt habe. So, warte, ich komme runter. Aber meiner kommt nicht. Seiner ist hochgegangen, ne? Wieso sind doch beide hochgegangen? Achso, ich habe meinen anderen nicht gesehen. Äh, okay, das klappt nicht. Hast du mir die Zeiger hier irgendwie bewegt? Boah. Ja, nein, ich bin tot. Achtung. Hä, wo bin ich? Achso, was sollen wir machen? Wir sollen springen, Stand da. Aber vielleicht müssen wir das nur machen, während der nach oben fährt oder so. Es geht andersrum die Zeit. Au, scheiße. Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Nein, ich bin auch tot. Aber wir müssen noch irgendwas mit dem... Ach, das war ich, hä? Nein. Aber irgendwas passiert da jetzt gerade. Das ist ja noch schlimmer als Dings hier, was wir mit Moana gespielt haben. Voll geil. Da ist die Tür. Ich bin raus. Nein, das geht nicht. Scheiße. Oh, jetzt. Achso. Oh, ich bin hier raus. Mir ist schlecht. Okay, hier gehen Sitzel da rein. Du hast geschrien. Merk dir die Uhr. Nein! Was machst du denn da? Springen. Sollen sich die Uhr merken? Wie sollte man? Wie sollte man? Oh, Leute. Ernsthaft? Nein! Ach, ernsthaft, dass das zu weit weg ist? Ja, und ich fange jetzt wieder von vorne an, oder was? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich muss mich gerade konzentrieren. Ich kann gerade nicht. Ich wüsste nur. Oh, wo muss ich denn hin? Da. Oh, lass mich auch da hin, Mann! Oh, ist das ein Scheiß am Ende? Ich fahre es nicht. Da rein, da rein. Da muss er in das Ding ran. Ja, aber ich komme mal ja nicht hin. Mann, jetzt geh doch ab, ey! Warte, 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 bis das wieder oben ist. Spring! Nein, der geht immer an den Falschen! Was ist das denn? Jetzt. Nein! Er geht immer an den Falschen! Wieso geht das nicht? Oh, ey! Du hast ein Schrott, ey! Ey, ganz ehrlich! Das war total bescheuert! Immer noch kein Endgegner. Doch, wahrscheinlich jetzt. Ne. Der ist einfach ein verrückgeborener Vogel. Doch, er schweichert schon. Ja, aber das sieht nicht nach Endgegner aus. Naja, sieht's nicht, ey. Mechanischer Rabe, äh, Falken oder was? Äh... Oh, nein, nein! Oh! Ich habe auch gerade in letzter Sekunde noch, scheiße! Äh, okay, ich hätte auf das Ding landen sollen. Äh, okay. Ja, halt deine Augen vor. Boah. Aber wir können ihn nicht angreifen. Wir müssen ausweichen anscheinend. Oh, nein, nein, nein! Alles klar. Also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich kann hier nichts mehr bewegen. Okay, ich kann nicht mehr nach unten gucken. Ich denke, dass das wirklich noch eine ganze Weile dauert und ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und, äh, mein Tuch ab. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao.